Herzlich Willkommen, heute sind wir in Gnadental und haben den ganzen Tag an einem Modell der Kirche gearbeitet und sind noch dabei, ein Modell für das Museum anzufertigen. Wir hatten die Gelegenheit, hier vor Ort mit unglaublich tollen Menschen zu sprechen, also Judith und Isaac, die gemeinsam hier das Museum betreuen. Warten ist jetzt schon zum nächsten Termin, deswegen bin ich alleine da. Ich kann aber so viel sagen, es hat außer den Modellen, ist auch der Blick in das Archiv sehr, sehr wertvoll gewesen, denn wir haben eine große Menge an handschriftlichen Quellen, die uns in den Herrenuntersammlungen im Moment noch fehlen, die hier im Wesentlichen dann unsere Gruppe ergänzen können, haben andere Artefakte gesehen und ich glaube, ihr könnt sehr gespannt darauf sein, was wir in den nächsten Jahren hier draus machen. Hinter mir im Übrigen die alte Kirche von Gnadental, die heute nicht mehr als Kirche benutzt wird und die neue Kirche seht ihr dann im Modell. Also bis dahin, ciao!